Die MediSoft OA können Sie mit wenigen Handgriffen selbstständig an- und ablegen. Zum Anlegen der Orthese setzen Sie sich am besten an die Kante eines Stuhls oder Hockers. Stellen Sie sicher, dass die beiden Entlastungsmechanismen in der Ausgangsposition stehen und aktiviert sind. Der Mechanismus ist aktiviert, wenn der Schalter beim weißen Punkt positioniert ist. Öffnen Sie nun alle Schnellverschlüsse auf der Vorderseite der Orthese durch leichtes Drehen. Anschließend öffnen Sie die Klettverschlüsse am oberen Teil der Orthese. Beugen Sie Ihr betroffenes Bein auf ca. 70 Grad und streifen Sie die Orthese über. Ziehen Sie die Orthese hoch, bis das Gestrick die Unterkante der Kniescheibe berührt. Achten Sie darauf, dass die Kniescheibe zentriert in der Öffnung liegt. Beachten Sie auch, dass die Orthese nicht verdreht am Bein sitzt. Schließen Sie nun die beiden Klettverschlüsse am oberen Teil der Orthese. Vergewissern Sie sich nochmals, dass die Orthese richtig sitzt. Schließen Sie jetzt die Schnellverschlüsse in der vorgegebenen Reihenfolge von Gurt 1 bis 4. Schieben bzw. ziehen Sie den Entlastungsmechanismus entlang der Skala zu der Position, die Sie mit Ihrem Orthopädie-Techniker festgelegt haben. Die aktuelle Einstellung zeigt Ihnen die Zahl direkt an der oberen Kante des Schiebers. Die größte Entlastung erreichen Sie auf Stufe 9. Hinweis zur Funktion. Die Voreinstellung dient als Orientierungswert. Je nach Schmerzempfinden können Sie den Mechanismus individuell nachjustieren, um den Druck zu reduzieren oder zu erhöhen. Um den Druck zu erhöhen, schieben Sie den aktivierten Schieber, den Schalter beim weißen Punkt, entlang der aufsteigenden Skala. Die einzelnen Stufen werden mit einem Einrastgeräusch bestätigt. Um den Druck zu verringern, deaktivieren Sie den Mechanismus. Der Schalter ist nicht am weißen Punkt. Dazu schieben Sie den Schieber Richtung Kniegelenk und aktivieren danach den Mechanismus wieder. Laufen Sie ein paar Schritte und vergewissern Sie sich, dass die Orthese richtig am Bein sitzt. Zum Ablegen der Orthese setzen Sie sich wieder auf die Kante eines Stuhls oder Hockers. Deaktivieren Sie den Entlastungsmechanismus, indem Sie den Schalter entriegeln und den Mechanismus Richtung Kniegelenk schieben. Danach aktivieren Sie den Mechanismus bitte wieder. Lösen Sie alle Schnellverschlüsse. Öffnen Sie die Klettverschlüsse der Orthese und streifen Sie die Orthese nach unten weg. Schließen Sie den Klett und alle Schnellverschlüsse, damit keine Beschädigungen entstehen. Zusätzlicher Tipp. Wenn Sie Ihre ideale Einstellung gefunden haben, können Sie wie folgt vorgehen. Lassen Sie beim Ausziehen die Voreinstellung bestehen und öffnen Sie alle Schnellverschlüsse. Öffnen Sie die Klettverschlüsse und ziehen Sie die Orthese vom Bein. Wenn Sie die Orthese anziehen, dann brauchen Sie die Schnellverschlüsse nur noch reinklicken. Die Orthese können Sie mit kaltem Wasser und einer milden Seifenlauge von Hand waschen. Lassen Sie die Orthese an der Luft trocknen. Dopfdortdortdortdortdortdortdortdortdortdortdortdortdortdortdortdortdortdortdortdortdortdortdortdortdortdortdortdortdortdortdortdortdortdortdortdortdortdortdortdortdortdortdortdortdortdortdortdortdortdortdortdortdortdortdortdortdortdortdortdortdortdortdortdortdortdottdortdortdortdortdortdortdortdortdortdortdortdortdortdortdortdortdortdortdortdortdortdortdortdortdortdortdortdortdortdortdortdortdortdortdortdortdortdortdortdortdortdortdortd